Während der Aussaat erfasst Smart Depth mit einem Sensor in Echtzeit die Bodenfeuchte in der jeweiligen Bodenschicht, wobei die Ablagetiefe mittels eines elektrischen Aktors automatisch an die Verhältnisse angepasst wird. Das Resultat ist eine gleichmäßigere Keimung mit entsprechendem Feldaufgang, was zu einem homogeneren Pflanzenbestand führt. Auch muss man nicht wie bisher auf einen möglicherweise nicht optimalen Feldaufgang mit einem Zuschlag an Aussaatmenge reagieren, was hier zu Einsparungen führt. Für Smart Depth, das eine gleichmäßigere Keimung der Saat bewirkt, wurde Precision Planting mit dem Innovation Award Architechnica 2019 in Silber ausgezeichnet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017